Für alle diejenigen, die das vorige Mal gesagt haben, sagt doch rechtzeitig Bescheid, Christian. Der Vorverkauf für das Engine Trends hat heute begonnen, heute früh. Die ersten 200 Tickets werden zum Preis von 45 Euro verkauft für drei Tage Festival, was eigentlich vier Tage sind, weil der erste Tag ist immer so für die Bands, die sie nicht unterkriegen in den ersten drei Tagen, also es geht eigentlich schon am Donnerstag los. Also für vier Tage Festival auf drei Bühnen von früh bis abends bis auf die Morgenzeit, wo die Leute schlafen, inklusive Camping und so weiter, 45 Euro für das zweitgeilste spirituelle Festival der Welt. Ja, 11. bis 13. August. Ich gebe euch den Link unten, unbedingt zuschlagen, das ist halt so mega. Und das ist halt e.V., also der Maultrommel e.V. veranstaltet, das die Arbeiten lediglich kostendeckend. Deswegen ist das Ticket auch mit 45 Euro so billig, da willst du auch, was andere Festivals quasi an Kohle machen, wenn ein Ticket so 80 oder 100 Euro kostet oder noch mehr. Von daher, ja, also Link ist unten. Ich habe es euch gesagt, jetzt bis die ersten 200 Tickets werden noch als irgendwie Special versendet oder sowas und kosten nur 45 Euro. Ja, seid so schnell wie möglich. Danach steigen die Preise auf 50 Euro, 60 und 65. Das sind so die Dings, die Stufen. Und ja, wie gesagt, selbst für 65 Euro finde ich es immer noch preiswert. Aber ja, also Engine Trends nächstes Jahr, 11. bis 13. August. Link ist unten.